Heute geht es um eine CSS-Glitch-Animation. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS-Glitch. Was ist Glitch? Beziehungsweise dieser Effekt, ein Glitch-Effekt ist das hier. Es ist einfach ein Text, der sich so lustig bewegt. Den werden wir heute mithilfe von CSS bauen. Ich persönlich bin kein Riesen-Fan, deswegen kam nie ein Video dazu, als das Ganze so richtig modern war. Es ist immer noch relativ viel genutzt, witzigerweise, auf so Seiten, wo es halt optisch passt. Aber grundsätzlich werden wir das Ganze bauen. Es ist nicht schwer, es macht ein bisschen Spaß und deswegen denke ich, es ist ein ganz gutes Video. Grundsätzlich, wenn ihr selbst Vorschläge für neue Videos habt oder Fragen zu diesem Video, unten in der Videobeschreibung, Discord, Joint der Community, sagt hallo, stellt eure Fragen und so weiter. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Als erstes, was werden wir bauen? Das seht ihr gerade. Wir werden so ein Wort bauen, Glitch, was sich ein bisschen cool animiert. Und natürlich, wie immer, die ganze Code-Geschichte ist unten in der Videobeschreibung auf CodePen verlinkt, für jeden, der es sehen möchte. Ich empfehle aber, es direkt anzugucken. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Also, auf geht's! So und das geht's mit der Entwicklungsumgebung. Wie immer, alles, was hier drin steht und wie das alles funktioniert, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch das alles angucken. Ansonsten, wir werden heute eigentlich nur mit unserer Index-HTML und unserer SAS-File arbeiten. Hier steht schon mein Basis-Standard-Part drin, genauso wie in unserem Index-HTML. Und hier fangen wir jetzt erstmal an und definieren uns unser Glitch-Element. Das ist einfach ein Div-Container mit der Klasse Glitch, in die ich jetzt einfach reinschreibe Glitch. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal und wir haben jetzt ein Problem. Und zwar müssen wir auf dieses Wort in CSS zugreifen können. Mit CSS auf ein Wort zugreifen geht aber irgendwie ein bisschen schwer, was heißt, auf ein Inner-Text-Element zuzugreifen. Was heißt, wir machen jetzt einen Trick und sagen Data-Trick und hier schreiben wir unser Wort rein. Was heißt, auf unser Data-Trick-Element können wir nämlich zugreifen. Und wenn wir hier dasselbe Wort reinschreiben, was auch hier drin steht, dann können wir das Ganze auch wunderbar nutzen. Was heißt, wir kopieren uns jetzt dieses Wort, speichern das Ganze ab, gehen hier in unsere SAS-File rein und aktualisieren das. Hier in der Mitte haben wir jetzt auch schon unser Wort stehen, wie ihr seht. Das muss jetzt natürlich noch ein bisschen schöner aussehen. So können wir das ja nicht lassen. Das will keiner sehen. So, das nächste Mal werden wir sagen hier Glitch und sagen Color ist jetzt White. Wir sagen Font Size sind, keine Ahnung, 10 Rem. Wir sagen eine festgelegte Weite, das habe ich im Vorfeld schon ausgemessen. Das sind 40 Rem. Und sagen Position Relative. Das Ganze machen wir, weil wir müssen jetzt in unserem Text-Element noch ein bisschen was Absolute positionieren. Und was positionieren wir da Absolute? Wir sagen und und definieren unser After Tag. Und hier kommt jetzt unser erster kleiner Trick zum Tragen. Und zwar sagen wir Content Attribute. Und hier sagen wir Data, ups, das war falsch. Data minus Trick. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, dann haben wir hier jetzt zweimal Glitch stehen. Das heißt, unser Inner Text Element hat jetzt ebenfalls Position. Also unser Inner Text Element, unser After Zeudo Element hat jetzt auch den Text unseres Glitch Elements. So, das ist richtig formuliert. Das nächste, was wir machen, wir sagen Position. Hier sagen wir Absolute. Dann sagen wir Top 0. Ich weiß nicht, warum mir ein Leerzeichen gekommen ist. Wir sagen Left minus 0, 0.5 Rem. Speichern das Ganze ab. Ihr seht, jetzt ist alles so ein bisschen dicker geworden. Wir sagen hier ebenfalls Color White. Wir sagen hier Background Color Second. Was heißt meine Hintergrundfarbe? Das ist nämlich sehr wichtig, dass das die Hintergrundfarbe hat. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren uns Overflow. Hidden und anschließend definieren wir uns ebenfalls eine Clipping Maske. Wobei die definieren wir noch nicht. Erstmal sagen wir Text minus Shadow, damit man auch was sieht. Hier sagen wir minus 0.5 Rem und gleichzeitig 0 und Prime. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, kriegt unser Element im Hintergrund ein bisschen Wasser zugedichtet. Wenn wir das Ganze jetzt hier mal auskommentieren, beziehungsweise ich glaube, hier müssen wir es einfach mal Red nennen. Dann müsste sich das Ganze jetzt zeigen eigentlich. Ihr kann es ja nicht, weil wir hier Left minus, also 5 haben und sich das Ganze ausgleicht. Wenn wir das jetzt definieren, dann hat sich das Ganze so ein bisschen bewegt und wir können damit ein bisschen was machen. Grundsätzlich brauchen wir das aber so und speichern das Ganze jetzt ab und definieren uns jetzt unsere Clipping Maske. Und zwar sagen wir hier jetzt als erstes Clip und sagen Rectangle 0,90 Rem. Das habe ich im Vorfeld auch schon ausgemessen. Das ist abhängig von eurer Wortlänge und ihr müsst da eventuell noch ein bisschen nachjustieren. Das nächste, was wir brauchen, wir wird das Ganze jetzt abspeichern. Seht ihr, es hat sich ein bisschen schon verändert und wir können jetzt ein bisschen mehr damit machen. Und das erste, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist unsere Hintergrundfarbe wieder auf die richtige Farbe zu stylen, nämlich auf Second, also meine Hintergrundfarbe. Das nächste, wie der eine oder andere wahrscheinlich gedacht hat, ist, wir brauchen jetzt eine Animation. Diese Animation heißt Noise, dauert zwei Sekunden, ist Infinite, hat hier einen linearen Verlauf, also keinen Ease In oder Out und soll sich im Prinzip vorwärts abspielen und dann komplett wieder rückwärts abspielen und wieder komplett vorwärts abspielen und so weiter. Und das erste, was wir jetzt machen, ist unsere Keyframes-Funktion aufrufen und sagen, wir wollen eine neue Animation, die heißt Noise. Wir brauchen jetzt eine Funktion, die folgendes macht und zwar 0%, 5%, 10%, 15% und so weiter. Das heißt, das würde jetzt eine ganze Weile so weitergehen, weil das heißt, wir müssen hier ganz viele so zufällige Glitches produzieren und hier drin jedes Mal unsere Clip-Maske animieren. Was heißt, unser Rechteck hier drin muss jedes Mal animiert werden. Das könnten wir jetzt so durchziehen, ist ein bisschen aufwendig. Wir sind generell eher faul, deswegen sagen wir jetzt, wir definieren uns hier Steps, einfach 20 Stück, nutzen unsere Vorschleife, sagen $i. From 0 through Steps, das heißt, wir gehen die Schleife 20 Mal durch und für jeden Durchgang soll er uns als erstes einmal Raute zeichnen. So, soll er uns jetzt ein Percentage, das war falsch, Percentage generieren und in diesem Percentage greifen wir jetzt auf unsere Durchlaufvariable, also i zu und sagen hier 1 durch die Anzahl der Steps. Was heißt, diese Funktion, die wir hier geschrieben haben, erzeugt uns jetzt im Prinzip 0%, 5% und so weiter. Was heißt, das nächste, was wir brauchen, ist unser CSS-Attribut, was wir jetzt hinzufügen wollen. In unserem Fall, wie schon gesagt, ist das eine Clipping-Maske. Diese definiert ebenfalls ein Rechteck und hier der erste Wert wird ein Random-Wert. So machen wir uns die Arbeit im Prinzip ein bisschen leichter, sagen einfach 10 und sagen hier Rem. Das nächste ist im Prinzip 99.99 Rem. Dann sagen wir hier wieder diese Random-Funktion, die wir hier schon mal definiert haben und der letzte Wert ist 0. Das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment, wenn ich das Ganze abgespeichert habe und kein Fehler gemacht habe, dann sollte jetzt etwas passieren. Allerdings passiert hier nichts, was heißt, ich werde wohl irgendwo einen Fehler gemacht haben. Dazu rufen wir jetzt einmal kurz unsere Konsole auf und hier sehe ich, ich habe einen Fehler gemacht und zwar anscheinend Percentage. Hier habe ich irgendwo einen Fehler, aber was habe ich dafür? Ah, ich habe hier vergessen malzunehmen. Das Ganze sollte jetzt funktionieren. So und hier seht ihr, wir haben jetzt unseren Glitch-Effekt, der sich per Random animiert. Wir können den jetzt natürlich beeinflussen. Beispielsweise können wir auch hier einfach die Prozentwerte deutlich runtersetzen und jetzt bewegt sich das Ganze so gut wie gar nicht mehr. Wenn wir das Ganze im Vergleich dazu hochsetzen, das heißt einfach mal die Werte hochgesetzt, seht ihr, das Ganze springt viel schneller durch die Gegend. Das heißt, die Sprünge, die zwischen den einzelnen Prozentwerten liegen, sind viel größer. Das Gleiche passiert auch, wenn wir hier beispielsweise den Wert hochsetzen, wird das Ganze einfach viel rucklicher und alles. Wenn wir den Wert runtersetzen, beispielsweise einfach nur sagen zu 5, dann seht ihr, ist das Ganze viel langsamer, weil es weniger Sprünge gibt. Es gibt weniger Prozentwerte, zwischen denen gesprungen werden kann. Mein persönlicher Favorite sind eigentlich 25 und hier irgendwie so 12 plus minus, also so um den Dreh. Okay, da finde ich, springt das Ganze so richtig schön wie so ein Glitch, weil die Sprünge groß genug sind, dass etwas passiert, aber das Ganze auch schnell genug passiert, sodass es nach so einem Glitch aussieht. Wir können jetzt natürlich noch ein bisschen weitergehen, als das, was wir jetzt gemacht haben. Und zwar, wie ihr seht, haben wir jetzt ja schon einige Punkte definiert und haben so einen Versatz geschaffen. Wir können jetzt aber auch noch hingehen und sagen, wir kopieren uns jetzt dieses ganze Teil und nennen das Ganze before und haben es jetzt dupliziert. Sagen hier beispielsweise, das Ganze dauert bei before 4 Sekunden und wir können jetzt auch noch so etwas machen, wie einfach unser, ja, das Ganze hier ein bisschen zu changen. Und zwar drehen wir das Ganze jetzt mal um und sagen, auch der Text Shadow geht in die andere Richtung, aber vielleicht nur mit 3rem, speichern das Ganze ab. Und in dem Moment haben wir das Ganze jetzt zweimal. Und eigentlich sollte jetzt hier etwas passieren, wenn ich natürlich Text Shadow richtig geschrieben hätte. Text Shadow und hier oben auch Text Shadow. Und jetzt haben wir hier nämlich auch Farbe drin. Und jetzt seht ihr, passiert das Ganze ein bisschen anders, auch in verschiedene Richtungen. Ihr könnt das natürlich beliebig variieren. Was heißt, wenn ihr hier sagt, wie 5 Pixel, äh 5 Rem, dann seht ihr, dass dieser Glitch viel weiter rüber geht. Was heißt, ihr verzieht das Wort im Prinzip nach links. Wir können jetzt auch hier sagen, okay, wir bleiben mal bei einem, damit es nicht ganz so drastisch aussieht. Aber so könnt ihr diesen Effekt praktisch beliebig variieren. Das Ganze ist, wie ihr seht, nicht wirklich viel Arbeit. Ist eine relativ einfache Funktion. Ihr könnt diese Geschichte hier unten auch beliebig variieren. Was heißt, ihr könnt hier die Größen verändern, wie viel das Ganze sehen soll. Also wie groß euer Clipping, eure Clipping-Maske ist, wie schnell das sich alles verändert. Was heißt, ihr habt relativ viel Spielraum und es funktioniert mit jedem Wort, mit jeder Schrift. Und es ist ziemlich leicht nachzumachen. Deswegen schreibt doch mal in die Videokommentare, wo ihr das Ganze einsetzen würdet. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung, findet ihr Links zu Twitter, Facebook, Instagram. Sagt einfach Hallo. Oder joint der Community und supportet diesen Channel auf Patreon oder Amazon Affiliate. Grundsätzlich war es das für diese Woche. Bis nächste Woche. Viel Spaß und ciao. Bis nächste Woche.